Die Forschung hat etwas Sensationelles herausgefunden. Und zwar, wie es kam, dass die Tomaten ihren Geschmack verloren haben. Sie wurden so gezüchtet. Das wurde wissenschaftlich erwiesen. Man hätte auch die Züchter fragen können, aber wer weiß, was die gesagt hätten. Die haben auf rote Farbe und glatte Oberfläche hin gezüchtet und dabei den Geschmack vergessen. Das kann passieren, man kostet ja nicht das, was man gerade gezüchtet hat. Und es ist doch ganz klar, hätten sie auf Geschmack gezüchtet und die Farbe vergessen, würde niemand die unansehnlichen Tomaten kaufen, obwohl sie dann gut schmecken würden. So herum laufen Angebote und Nachfrage und man kommt überhaupt erst dazu, sich zu wundern, wo der Geschmack geblieben ist. Morgen geht's weiter.